Was geht ab YouTube? Pascal Suh Bodybuilding und ich fahre jetzt zum Training nach McFit hier in Flensburg und heute steht was besonderes an und zwar möchte ich den PR im Deadlift hitten und zwar in den Conventional Deadlift. Ich hatte ja den Sumo Deadlift mit 240 Kilo gesielt zuletzt, aber jetzt möchte ich ja noch mal schauen, dass ich den auch noch im Conventional nachlegen kann und wir sehen uns im Gym. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020